Wir suchen examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger. Gerade auf unserer Station finde ich es so toll, dass wir einerseits die Kinderintensiv haben, aber auch die Frühreha und dann noch die Neonatologie. Schön ist zu sehen, wie Kinder von einem Intensivpatienten übergeleitet werden können in die Kinderneurologische Frühreha. Von einer Stunde alt bis 18 Jahre. Durch die freigestellten AnleiterInnen ist es halt total toll, dass wir gerade im Team uns gegenseitig helfen können. Auf unserer Station gibt es Musiktherapeuten, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten. Einfach ganz viel Herzblut, um mit den Kindern zu arbeiten. So einen sanften Übergang in die Frührehabilitation schaffen kann und gerade das ist für alle Beteiligten einfach toll. Ja, es macht Spaß. Wenn du Lust hast, auf einer modernen Intensivstation und Kinderfrühreha zu arbeiten, mit den neuesten Geräten in einem tollen Team, freuen wir uns auf dich und deine Bewerbung.